Schnell, lösungsorientiert, effektiv. Seit über drei Jahrzehnten bietet HOMAG seinen Kunden Fern-Service-Lösungen. Diese basierten immer auf neuesten verfügbaren Technologien. Damit lösen wir heute erfolgreich über 90 Prozent der Störfälle durch den Teleservice. Mit IntelliService.net hebt HOMAG nun diese Dienstleistung auf ein höheres und zeitgemäßes Technologieniveau. Der heutige TSN-Router wird durch das ISN-Gateway ersetzt. Die angewandte TSL-Verschlüsselung und die digitalen Möglichkeiten folgen State-of-the-Art-Technologien. Daraus resultieren fast unbegrenzte Perspektiven für erweiterte Services, die stetig entwickelt werden. IntelliService.net ist die wegweisende Remote-Lösung der HOMAG. Die Maschinen werden mit ISN Remote genauso bedient, wie sie es bereits kennen. Aber darüber hinaus bietet eine Verbindung über Tapio noch deutlich erweiterte Funktionalitäten. Zum Beispiel liefern schon im Vorfeld physikalische Daten eine zielgerichtete Information für eine schnelle Analyse durch die Teleservice-Experten. Der Vorteil? Eine noch schnellere Hilfe für den Anwender auf Basis innovativer Technologie und kontinuierlichen Entwicklungen wie beispielsweise Predictive Maintenance-Lösungen. Und das selbstverständlich auf Basis der neuesten Sicherheitstechnologien. Das Tapio-Ökosystem ist eine hochgesicherte Umgebung, in der Daten verlässlich anonymisiert zusammenlaufen. Beim IntelliService.net steht wie immer beim HOMAG-Service der Vorteil für den Kunden an erster Stelle. Für sie zusammengefasst bedeutet das Einsatz von zukunftssicheren Technologien. Deutlich erweiterter Funktionsumfang im Rahmen des HOMAG-Teleservice. Noch schnellere Hilfe bei Maschinenstillstand. Kontinuierliche Erweiterung von digitalen Dienstleistungen. Und Teleservice-Leistungen für Bestandsmaschinen bleiben bestehen. IntelliService.net – die Teleservice-Lösung der Zukunft. Natürlich aus dem Hause HOMAG.